So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wargame Red Dragon mit mir, dem Manu. Wir sind immer noch in Südkorea, Seoul wird angegriffen. Wir versuchen jetzt mal den Gegner zurückzuschlagen. Er hat noch, sage und schreibe, vier Commands, die sollten wir ausschalten. Damit wir einfach, ja, nicht ständig Gegenangriffe haben, weil die nerven mich jetzt langsam. Und solange er Commands hat, wird er angreifen. So, dann stellen wir mal unser Command hier in Bravo auf. Das heißt, wir müssen auf Command-Jagd gehen. Und die werden alle hier drin sein. Das heißt, ich werde hier schon mal schön Panzer aufstellen, um ihn dran zu hindern, da hinten Verstärkung reinzurufen. Dann noch ein bisschen Infanterie einfach zum Schutz hier vom Command. Eins, zwei. Und vielleicht noch ein paar Smaus. Zwei Stück hier hin. So, haben wir das, ähm, Logistik haben wir hier noch ein Command. Ja, kommt, da nehmen wir ein Panzer. Stellen wir da hin. Ja, haben wir noch ein paar Hornets. Holen wir ein. Ähm, Reconnaissance. Da braucht man definitiv was von. Ja. Und dann denke ich, war es das auch schon. So, und dann rücken wir hier rein. Dann beenden wir das Ganze hier jetzt mal. Hier und nirgendwo anders. Ja, das hat noch getroffen. Kann der wieder raus. Ja, die Smaus sind jetzt gleich in Reichweite. Die haben die wunderschöne Smaus-Rakete mit 875 Metern Reichweite. Das ist ein bisschen weiter als die Marines. Und das merkt man auch. Ja, jetzt haben wir da hinten wieder... Das haben sie hier wieder eingenommen. Das heißt, wir verschieben jetzt mal unsere Aufklärer nach da drüben. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. So, dann müssen wir hier ein bisschen durchforsten. Ich hoffe ja mal, wir finden hier jetzt dann irgendwo das Command. Weil 164 Punkte und dann ist die Schlacht auch schon wieder vorbei. Das ist zum Kotzen. Also eigentlich sollte ich nichts anderes zerstören als die Commands. Da ist nur immer leichter gesagt als getan. So, die Navy Seals mal ein bisschen weiter vorrücken lassen, damit sie hier vielleicht reinschauen können. Ich schalte mal hier mal kurz die Waffen aus. Warum bewegen sich die Panzer hier nicht mehr? Achso, okay. Ähm. Ja. Einfach da hin. Hier nach da. Weil die Waffen aus sind, funktioniert hier dieser Attack-Move nicht mehr. Und den benutze ich eigentlich super gern. Ja, ein guter Scout ist einer, den man nicht sieht. Das ist sehr weise. So, dann komm schon, wo ist das Command hier? Wollte wahrscheinlich irgendwo hier hinten sitzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich hasse es. Wenn der Computer dann noch die ganze Zeit, äh, angreift und man dann halt keinen Schritt vorwärts kommt. So, das war ein Command. Und hier müsste irgendwo das zweite stehen. Das zweite Panzerregiment wurde zerstört. Er hat jetzt hier nur noch ein Command. Das heißt, er wird uns wahrscheinlich nur noch einmal angreifen können. Bevor er dann... Ja, oder einfach gar nicht mehr. Ähm. Das geht auch. Die Panzer hier und so können wir nicht weiterschicken. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um Geo-On, 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 da haben wir noch zwei Commands, die wir ausschalten müssen und ein paar T55. So, Launch Battle. So, Launch Battle. Auto Resolve könnte ich natürlich auch machen, also ich könnte den Computer für mich kämpfen lassen. Allerdings, wenn ich dann, äh, Einheiten verliere, die mir wertvoll sind, ähm, dann würde ich mich ärgern. Dann holen wir uns noch die Cobra zur Aufklärung, ein bisschen Infanterie zur Verteidigung vom Command. So. Und hier noch einen hin. Dann ist das hier gut abgeschirmt, dann holen wir uns noch eine Corsair und eine Phantom. Und noch eine Schrauber. Einfach, weil wir es können. So. Los geht's. Das hier ist meine Gruppe 1, ihr hier ein Load. LBT. So. Alles klar, dann gehen wir mal ein bisschen erkunden. So, hier hinten ist irgendwo ein Fahrzeug oder Hubschrauber. hier wird er wahrscheinlich irgendwo den Kommandopanzer stehen haben. Ja, da haben wir ja. Sehr schön. Fliegen wir direkt weiter. Und wenn da das zweite Command ausgeschalten ist, dann sollte er uns rein theoretisch nicht mehr angreifen können. weil mit was will er dann die Punkte einnehmen. Na ja, so langsam aber sicher wird er nervös. Da ist er. So, das war's. Das letzte Command ist zerstört. Die Schlacht ist vorbei. Okay. Ähm. Da hat er jetzt nur noch Armand Battalion. Aber das wird uns wahrscheinlich in Zukunft in Ruhe lassen. Was haben wir denn da noch dabei? Da haben wir ja noch 4 Command. Sehr toll. Ähm. Hier können wir nichts mehr machen. Ui Chang. Was haben wir hier noch? Typ 55. Hier haben wir nur noch ein Command. Das müssen wir nur noch finden. Und dann war's das hier. Hier oben. Wie sieht's hier aus? Da haben wir noch Schilkers. Da haben wir noch 5. 5 Commands. Alles klar. So, Ui Chang. Noch ein Spätel. Hilft ja alles nix, ne? Hier wäre ein Hubschrauber zur Aufklärung recht cool. Haben wir aber leider nicht. Ähm. Tanks. So. Zwei Stück hier hin. Dann. Einmal Logistik nach da. Infanterie. 1. 1. 1. 2. Panzerabwehr. So. Stinger. 1 hier hin. 1 hier hin. 1 da hin. Die selbe Spielerei wie immer. 1 Stinger hier hin. 1 Stinger da hin. 1 Stinger da hin. um die konzern so stellen wir müssen die Hubschrauber hin Dann gehen wir hier nämlich auch mal auf Command-Jagd, so, launch battle, unload, ah, da kann Das ist Artillerie, die da schon runterhagelt So 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 Das war's für mich. Ja, das Problem ist halt einfach, ich weiß nie, wo der das Scheiß-Command hinstellt. Ah, da hinten sieht's ganz gut aus. Da hat er seinen Command jetzt wohl scheinbar gerade wegbewegt. Oder ist zumindest versucht. Das heißt, wir fliegen jetzt hier so viele Bombenangriffe, bis wir es haben. So. Das ist halt das doofe, wenn man keine richtigen Aufklärer hat, also so Hubschrauber-Aufklärer. Die bräuchte ich hier dringend. Harikrishna. So, wo haben wir denn Logistik? Ähm, da holen wir uns ein Chinook. Die stellen wir alle hier ab. Können wir die schön aufladen. Müssen wir noch warten, bis hier die Napalm-Flugzeuge wieder soweit sind. Und dann probieren wir es mal hier oben. Das ist total nervig. Wir bombardieren hier jetzt einfach das komplette Feld. Das kostet uns ja im Endeffekt eh nix. Das kostet uns ja im Endeffekt eh nix. Und dann probieren wir uns noch ein paar Panzer. Die billigsten von billigsten. Aber lang brauchen wir die ja hoffentlich eh nicht mehr. Ich frage mich, wo der seinen Scheiß-Command hingeparkt hat. Hierhin vielleicht oder so. Naja, man weiß es nicht. Der hatte ja keine Command-Infanterie, soweit ich weiß. Probieren wir es doch einfach mal. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich frage mich, wo es nicht mehr so Wo könnte der noch stehen? Ah, hier drinnen irgendwo... Hier drinnen steht er irgendwo... Weil der hat er jetzt gerade abgebrochen Und ist scheinbar noch in Bewegung Ich glaub der war hier drinnen Ja, jetzt ist er wieder in Bewegung, der ist hier Glaub ich, hoff ich Das können wir hier eigentlich schönes IP-Power, HI-Power Und da haben wir das Command erwischt glaub ich Ja, battle stopped because the enemy's last command unit Und der battlefield heißt bin destroyed Sehr schön Ähm... Ja, die haben keinen Command mehr Das heißt, die sollten eigentlich auch nicht mehr in der Lage sein anzugreifen So, und je um die Ock Da haben wir das Problem, dass der noch vier hat Fünf Fünf Command Wege So, dann zeigen wir denen mal was eine Hake ist Und versuchen mal so viele Flugzeuge wie möglich noch runter zu holen Mal noch so nebenbei F.O.B. hier hin Support Ein IHawk hier Und ein IHawk da Da Ich denke, ich brauch da auf jeden Fall zwei Stück Eins, zwei, drei Eins, zwei Ähm... Reconnaissance Das günstigste hier unten Und hier ein Hobbelbauer Da haben wir noch 190 Punkte Da holen wir uns Nehmen wir uns eine Kf-16C Ah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt Oder lieber noch Zwei Panzer So So Mal gucken, ob er mit nem Flugzeug gleich rauskommt Das wär' auf jeden Fall schön Und wünschenswert Mal gucken, ob er mit nem Flugzeug gleich rauskommt Und wenn nicht, dann sparen wir genügend Geld für ein Pailliers und greifen an und zwar mit dem scout draußen weil dann ja haben wir die chance dass er noch ein flugzeug rein ruft ich glaube ich will mir nur die peace bridge erst mal doch die kf 16 c ja die ist halt schon besser also die hat eine höhere reichweite eine höhere aber kann nicht und eine höhere air detection ich glaube ich nehme die kf 16 c auch auf gefahr ein dass die abgeschossen wird und zwar fliegen wir hier mal ein bisschen mit dem hubi bau warum wieder nur 499 punkte zum zerstören oder da kommt ja einiges und da haben wir ein command das holen wir uns direkt auch wenn unser flieger dabei drauf geht das ruft dann ruft ein paar jäger rein scheiß eihauks jetzt haben wir einen späher verloren ohne dass wir dafür irgendwas gekriegt haben dann muss hier halt noch mal einer her ja wobei hat der bomben abgeworfen so angriff naja die eihauks bringen hier hinten jetzt gerade nicht arg viel und ein jäger haben wir auch keinen und gut so aber wenigstens schon mal eins von seinem kack flugzeugen da abgeschossen alles klar dann holen wir uns jetzt einen jäger ja da sind wir im panzer noch gut weggekommen naja das war es auch schon wieder mit dem punkten aber wenigstens einmal ein command erwischt so das elfte tank regiment ist tot vier commands sind noch übrig und dann sehen wir jetzt dann gleich ob meine theorie stimmt wenn jetzt enter gedrückt wurde dann sollten wir hier oben eigentlich ja da sollten wir eigentlich doch nicht mehr angegriffen werden was sei denn die kritze ich meine da hat doch nichts mehr um die um den sektor überhaupt zu halten ach egal sämtliche flugzeuge hier hoch war jetzt sobald ich dann hier auf german glück klicke dann rückt der e wieder ab zwar hier haben wir auch keinerlei command mehr hier sollte eigentlich auch nichts mehr passieren sollte so was haben wir hier noch an dann bis zur nächsten folge euer manu euer manu euer manu